So, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich habe auch nicht genau hingeguckt. Das wird schon reichen. Auf jeden Fall. So, aber es ist immer noch nicht das, was ich suche. Na gut. Wir wollen dann mal, ja? Ja. Hm. Das ist mir ein bisschen suspekt. Ventats. Munition. Extraktionsterminal. Extraktionsbesprechung. Sie haben bisher gute Arbeit geleistet, Agent Jiang. Ihre Bezahlung wurde als Lotteriegewinn getarnt an ihre nächsten Verwandten überwiesen. Wir müssen Ihnen jedoch mit tiefstem Bedauern mitteilen, dass jetzt zum Wohl der Volksrepublik Ihrem Leben ein Ende gesetzt werden muss. Scheiden Sie würde voll aus dem Leben, ehrenwerter Soldat. Und hier haben wir eine einzigartige Waffe, und zwar das Hinterwäldlergewehr. Ja. Wir sollten jetzt nur gucken, dass wir hier schleunigst rauskommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier rauszukommen. Erste Möglichkeit ist, diese Tür öffnen. Wie machen wir das? Äh. Zwar... Muss man hier hoch. So. Und von hier oben... Irgendwo... Moment. Irgendwo, von irgendwo... Oben... Konnte man... Soweit ich mich erinnere... Ach, da ist noch... Da liegt noch Mentats. Wo war das denn? Ich bin doof. Ach, hier, genau. Haha, hier stehen die Bretter vor. Ja, die einfachste Möglichkeit ist, indem man einfach hier... Mit Wissenschaft 71, äh... Das alles kurz schließt. Und dann ist die Tür wieder offen, und man kann hier raus. Ich frag mich gerade... Ja, natürlich brennt hier alles nieder, wenn ich das mache. Das wäre halt die leichte Möglichkeit, indem man einfach hier die Tür... Ja, den Schaltkasten praktisch kurz schließt. Und die andere Möglichkeit ist, wie gesagt, mit diesem Jump'n'Run-Part hier... Hoops, wenn man nämlich keinen Wissenschaft 71 hat. Und dann kann man hier zum Abflussrohr... Und findet hier dann auch noch ein paar Stimpacks, ein bisschen right away. Falls man halt zu lange in diesem Raum war, dass man sich auch... Die ganzen Reds wieder wegmachen kann. Was jetzt für uns, glaub ich, auch ein bisschen... Von Vorteil wäre. So, dann kann man hier runtergehen. Muss man hier ein bisschen tauchen. Und dann ist man wieder... Hier draußen. Wo genau? Weiß ich gerade gar nicht. Wo sind wir denn? Ach, in der Nähe von der U-Boot-Bergung. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. So. Gehen wir nochmal kurz zu dem Schiffchen. Da haben wir noch so ein paar Sachen hier liegen. Also so ein paar Sachen, die ich hier loswerden will jetzt. Und zwar... Chinesische Sturmgewehre. Wofür habe ich die jetzt eigentlich mitgenommen? Ach, keine Ahnung. Offiziersschwert habe ich auf jeden Fall mitgenommen, weil... Wir das ziemlich gut gebrauchen können. Um unser Offiziersschwert, das chinesische Schwert von Yingwei zu reparieren. Wenn wir es denn irgendwann mal benutzen sollten. Äh... Die Impulsgranaten müssen wir unbedingt mal verkaufen. Was haben wir denn? Hinterwäldlergewehr. Das ist nämlich die einzigartige Waffe. Das einzigartige Unterhebelrepetiergewehr. Und es hat weniger Schaden als das Lincolnrepetiergewehr, soweit ich weiß. Benutzt aber natürlich, darf man nicht vergessen, 10mm Munition. Im Gegenteil zu dem Lincoln, was halt 44er benutzt. Die kann auch weg. Äh... B-b-b-b-b-b-b-furchterregende Flinte. Ja, die hat uns hier wirklich nicht viel gebracht. Die können wir auch eigentlich mal weglegen. Kronkorkenmine, die kann auch mal weg. So, was haben wir denn hier noch so drin? Genau, Hilfsmittel, Fusel. Können wir auch mit hier reinpacken. Ist nichts einzigartiges, aber... Wie gesagt, kann man ja mal benutzen. Drei Kameras, die wir hier mal reinpacken können. Dann haben wir hier bestimmt noch Altmetall. Ja, natürlich haben wir noch ein bisschen Altmetall. Vorkriegsgeist, dann gibt es ihre Metro-Tickets. So. Sonst haben wir hier aber auch nichts mehr. Gut. Dann wollen wir mal... ...noch mal zum Warenhaus. Hat die überhaupt noch offen? Natürlich, die hat 24 Stunden geöffnet. Oh, es freut mich sehr... Ja, ja. Was möchten Sie denn kaufen? Die hat mittlerweile wenigstens wieder ein neues Inventar. Also, wenigstens etwas. Ach, den Hochleistungsanzug, den können wir auch mal zurückbringen. Genau wie die kryomatische Brille. Äh, Munition. Oh, ein Mini-Atombomben, 34 Stück. Ja, warum nicht, ne? Sobald wir einen hohen Level mit großen Waffen haben, werden wir die auf jeden Fall mal benutzen, den Fatman. Die benutzen den Fatman, genau. 16 Stealth-Boys, Alter. Was geht ab? So viel Red Away brauchen wir eigentlich auch nicht. Zehn Stück reichen da völlig. Ups. Von Medikamenten habe ich auch immer lieber nur zwei von jedem. Das reicht eigentlich. Wenn man mal zwischendurch was einschmeißen muss, weil man irgendwie das braucht, weil, keine Ahnung, man nichts mehr tragen kann oder so. Bei Buffow zum Beispiel, das erhöht halt die Stärke. Dann kann man das mal benutzen. Splitterminen, Splittergranaten, kann alles weg. Impulsminen und Granaten, die können auch weg. So. Eins von diesen Unterhebel-Repetiergewählen kann eigentlich auch weg. Ach, das Spielzeugmesser, das können wir mal reparieren lassen. Nein, nicht abbrechen, sondern annehmen. Sachen reparieren. So. Ich muss jetzt los. So, dann können wir noch unseren Metallsprenger reparieren. Und wir können nochmal eben hier hin. Damit ich nochmal kurz einige Sachen loswerden kann. So, und zwar brauchen wir natürlich den Hochleistungsstrahl und die kryptomatische Brille nicht mehr. Genauso wenig, wie wir das Spielzeugmesser brauchen. Und, ja. So, jetzt bin ich zufrieden. Als nächstes gehen wir zum Außenposten des Katastrophenschutzes. Allerdings glaube ich, werde ich da nicht von hier hin laufen. Auch wenn das jetzt nur zwei Meter sind, die ich mich teleportiere. Ich habe keine Lust auf dieses ekelhafte, krasse Geruckel. Deswegen mache ich das. So, Außenposten des Katastrophenschutzes. Ich will eigentlich mal einen Schluck trinken, aber ich kann nicht automatisch laufen. So, haben wir auch was getrunken. Wer läuft denn da rechts? Sind das wieder Maulwurfsratten oder was? Oder Gule? Es sind Maulwurfsratten. So, Außenposten des Katastrophenschutzes. Ja, was wird uns da erwarten? Voller Spannung. Verwahrungszelt. Und noch ein Stealth Boy. Genau, die wollte ich ja eigentlich auch noch loswerden. Scheiße. Na egal. Einheiten-Missionsparameter. Ermitteln Sie die medizinischen und sozialen Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. Machen Sie auf Gesundheitsrisiken aufmerksam und bieten Sie bei lokalem Bedarf Hilfe an. Helfen Sie bei der Teilnahme am Bundesfitnessregistrierungssystem. Die Freiwilligen müssen in der Öffentlichkeit und im Privatleben jederzeit die Werte des Programms kollektive Wohlfahrt hochhalten. Öffentliche Informationen zur neuen Pest. Erkenne die Zeichen. Schütze dich und deine Gemeinde, indem du lernst, Personen zu erkennen, die an der neuen Pest leiden. Bei den Erkrankten treten häufig folgendes Symptom auf. Schweißausbrüche, unerklärliche Quetschungen, Schwellungen, starke externe Blutungen, neue Ideale wie zum Beispiel des Sozialismus. Denke an S.I.M. Wenn du glaubst, mit einer Person in Berührung gekommen zu sein, die eines oder mehrere dieser verräterischen Anzeichen aufweisen, dann denke an S.I.M. Symptome bestätigen. Nähere dich der Person, die unter den verdächtigen Symptomen leidet. Falls kein ziviler oder medizinischer Experte verfügbar ist, der dies tun könnte, vergewissere dich, dass diese Person tatsächlich Symptome der neuen Pest aufweist. I. Isolieren Sobald du dich vergewissert hast, dass es sich um einen Fall der neuen Pest handeln könnte, isoliere dich und die Person, die diese Symptome aufweist von der Bevölkerung, da die neue Pest sehr ansteckend ist. M. Melden Melde in diesem Fall direkt bei der nächsten Bundesgesundheitsregistratur der medizinischen Zentrale und überlasse alles weitere den Experten. Schütze dich. Die neue Pest ist eine sogenannte Geselligkeitskrankheit. Das bedeutet, dass die neue Pest sehr ansteckend ist und durch gesellschaftliche Kontakte wie z.B. die Folgen übertragen werden kann. Gemeinsames Lecken an Speiseeis Langsames Spazieren, Fahren auf der Hauptstraße Sexuelle Freizügigkeit, Sodomie Besuchen von Jahrmärkten oder Festivals Wie kannst du dich also am besten vor Geselligkeitskrankheiten schützen? Warum bleibst du nicht zu Hause und liest ein Buch oder kochst etwas? Du schützt dich am besten vor einer Ansteckung, indem du den Kontakt zu anderen einschränkst. Lass dich registrieren Hast du gewusst, dass deine Regierung dich vor der neuen Pest und anderen biologischen Gefahren schützen kann? Das ist wahr und du brauchst dazu nur die Bundesgesundheitsregistratur in deiner Nähe aufzusuchen. Dort werden freundliche Bundesexperten ein paar kleine Proben nehmen und dich in der nationalen Registratur eintragen. Durch die Teilnahme am Bundesregistrierungsprogramm Erhältst du nicht nur die medizinischen Experten über deine medizinische Vorgeschichte und deinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden, sondern lieferst auch einen wertvollen Beitrag zu wichtigen Forschungsprogrammen und erhältst das Anrecht auf Sonderpreise, die zum Beispiel Benzinrationen oder Urlaubsreisen an exotische Orte unseres Landes beinhalten oder so. Keine Ahnung, wie der Satz enden sollte. Einheitenführungsprotokolle Protokolleintrag 1 Ich kam heute mit der ersten Wagenladung von Freiwilligen an. Keine Bundesbeamten weit und breit. Ich schätze, das Registrierungsprogramm hat diese Gegend bereits abgeklappert. Es wurden einige Sachen zurückgelassen und ich bin befugt, die Sachen aus dem Lager zu holen und zu benutzen. Wir haben einige einfache Antibiotika und Hygienevorräte sowie ein paar Kisten mit Informationsflugblättern zur neuen Pest. Das ist noch nicht viel, um etwas Großes aufzuziehen, aber immerhin können wir uns jetzt im Hotel einrichten. Vorläufig werde ich mich darauf konzentrieren, mit Viktoria unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, während unsere übrigen Freiwilligen in die Gemeinde gehen, um die Lage zu erkunden. Protokolleintrag 2 Das Gebäude, das uns für unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt wurde, war der reinste Witz. Das Gebäude ist nur zur Hälfte fertiggestellt und das, was bisher gebaut wurde, sieht so aus, als könnte es jeden Moment von selbst umfallen. Das Immobilienunternehmen war keine große Hilfe. Ich habe einige Außendienstmaterialien angefordert, damit wir ein Zentrum unter freiem Himmel aufbauen können, bis dieses Problem behoben werden kann. Bis dieses Problem behoben werden kann. Meine Freiwilligen haben mir berichtet, dass es in einem großen Teil dieser Gegend an der grundlegendsten Infrastruktur mangelt und wir daher wahrscheinlich am besten mit einfachen Impfstoffen und sanitären Materialien beginnen sollten. Ich habe einige dieser Materialien auf die heutige Einkaufsliste gesetzt, glaube aber, dass wir die Lage vor Ort nicht gründlich genug erkundet haben, um jetzt schon mehr als das anzufordern. Protokolleintrag 3 Aber gerade diese Leute kommen einfach nicht in den Ort. Wir müssen unsere Arbeitsansätze gründlich neu überdenken. Die Bevölkerung scheint sehr zurückgezogen zu leben. Wir müssen bei unserer Öffentlichkeitsarbeit kreativ vorgehen. Protokolleintrag 4 Victoria wurde heute schwer verletzt. Sie fuhr mit einem Lastwagen voller Vorräte zur Ark & Dove Cathedral auf der anderen Seite des Flusses. Die meisten der Einheimischen, denen wir helfen wollen, wohnen in primitiven Behausungen im Feuchtgebiet. Die Kathedrale ist das einzige öffentliche Gebäude, das sich in der Nähe dieses Gebiets befindet. Victoria war nicht gerade im besten Zustand, um ausführliche Auskünfte zu geben. Aber offenbar war niemand da gewesen, als sie die Kathedrale erreichte. Sie ging in die Sümpfe hinaus, um mit Einheimischen, die da draußen in Hütten leben, Kontakt aufzunehmen. Die Rettungssanitäter behandeln eine Wunde an ihrem Hinterkopf. Sie wird wieder auf die Beine kommen, hat sich aber offenbar einen Schädelbruch zugezogen. Victoria kann sich nur noch daran erinnern, plötzlich ohnmächtig geworden zu sein. Es wurde nichts von ihren persönlichen Besitztümern oder den medizinischen Materialien wendet. Aber trotzdem werde ich Vorsicht walten lassen und den Freiwilligen verbieten, sich allein dort draußen herumzutreiben. Wir werden alles tun, was unter diesen Umständen überhaupt in unserer Macht steht. Viel zu viel zu lesen, ganz ehrlich. Ich meine, es ist immer schön, viel zum Lesen zu haben eigentlich, weil es ist interessant, aber... Äh, mein Gott. Aufbereitetes Wasser, ja. Bitte, gib mir mehr. Hä? Klumpen aufs Gehirn, was? Warum stand da gerade das Gehirn? Ist bewusstlos. Verstehe ich nicht. Hm. Muss ich nicht begreifen. Ich gucke mal eben nach, was das zu bedeuten hat. Das interessiert mich nämlich jetzt, weil das habe ich früher auch schon nicht verstanden. Einen Moment kurz. Ha, ich weiß, was mit der Meldung gemeint ist. Und das ist echt cool. Ich werde es euch bei Gelegenheit mal zeigen. Ave Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Weibern und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Ja. Die will ich am liebsten jetzt schon töten. Naja, was willst du? Seien Sie gegrüßt, mein Kind. Ich bin Marcella. Missionarin und Schülerin des Glaubens. Wie geht es Ihnen? Freut mich, Sie kennenzulernen, Marcella. Ja, der Glaube. Lassen Sie mich raten, Sie sind auch so eine Weltuntergangssekte. Ganz und gar nicht. Ich erzähle Ihnen gern mehr davon, wenn Sie Interesse haben. Erzähl mir, woran du glaubst. Soll ich Ihnen aus der Heiligen Schrift vortragen? Oder möchten Sie nur etwas über unseren Glauben wissen? Meine Mutter hatte eine Lieblingsbibelstelle, Offenbarung 21.6. Kennen Sie die? Natürlich. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den durstigen Umsonst vom Brunnen des lebendigen Wassers geben. Ein wunderbarer Vers. Selbstlosigkeit ist so eine Seltenheit heutzutage. Ich verstehe sehr gut, warum gerade diese Stelle sie so beflügelt hat. Hm. Noch eine von diesen Sekten. Zumindest hört es sich so an. Das kann man nicht so sagen. Seit dem großen Krieg klammern sich die Menschen an viele Lehren. Und einige davon haben ihre Wurzeln in unserem Glauben. Die Bibel gab es schon lange, bevor die Bomben fielen. Und mein Glauben auch. Für uns war der Krieg eine große Tragödie, aber nicht die Apokalypse. Die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift. Das Wort Gottes, wie es in der Bibel steht. Möchten Sie einen Vers hören? Klar, lassen Sie hören. Ich fürchte, ich habe die Heilige Schrift nicht bei mir. Aber ich kann ein paar Stellen vortragen. Diese hier gefällt mir besonders. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Hm. Was genau ist denn ihre Mission? Wir versuchen das Ödland angenehmer zu gestalten, indem wir Gutes tun und das Wort der Bibel verbreiten. Außerdem bergen und restaurieren wir alle religiösen Reliquien, die wir finden können. Aber das ist nur eine Nebenbeschäftigung. Bin ich eigentlich doof oder haben alle Frauen hier irgendwie dieselbe Stimme? Ich wurde im Kloster großgezogen, bis ich alt genug für die Missionsarbeit war. Erst dann verließ ich zum ersten Mal das Kloster. Hm. Rede über was anderes. Was halten Sie von Point Lookout? Ich bin selbst noch recht neu hier, aber ich sage Ihnen gern alles, was ich weiß. Was halten Sie von den Einheimischen? Als sehr feindselig. Ich will sie beobachten, aber die Sumpfbewohner sind Außenstehenden gegenüber aggressiv. Zum Glück bleiben sie gern im Sumpf. Hm. Was haben mal die Knochen und aufgespießten Puppen hier zu bedeuten? Das sind sicher Fetische oder Totems der Sumpfbewohner, mit denen wahrscheinlich Territorien abgesteckt oder Rituale zelebriert werden. Ich habe von vielen primitiven Religionen gelesen, die ähnliche Symbole verwenden. Voodoo, Santeria, Obea. Faszinierend, aber auch beunruhigend. Obwohl die zugrunde liegenden Glaubensvorstellungen recht finster wirken, sind sie für die Sumpfbewohner wahrscheinlich lediglich leere Traditionen. Äh, haben Sie das Zeltlager hier errichtet? Mehr oder weniger. Die Zelte waren umgestürzt, als ich sie fand. Ich konnte sie wieder aufstellen. Das hier riecht am wenigsten nach Nassabramin. In einem anderen Zelt habe ich ein Terminal wieder in Gang gesetzt. Daher denke ich, dass die Zelte vor dem Krieg von Medizinern errichtet wurden. Hm. Sie meinten, Sie werden nicht von hier? Ganz recht. Ich komme aus der Abtei der Straße. Allerdings darf ich Ihnen nicht verraten, wo sich diese Abtei befindet. Hm. Reden wir über was anderes. Ich muss jetzt los. Marcellas medizinisches Material. Na, das lassen wir mal in Ruhe. Was haben wir denn noch so? Medizin erzählt. Ledergürtel, Erste-Hilfe-Kasten. Auch nichts Interessantes hier drin. Nicht wirklich. Was haben wir hier? Hm. Äh, Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Gut. Haben wir das auch abgefrühstückt. Jetzt will ich aber mal eben was nachgucken. Und zwar... Das Gehirn, welches bewusstlos ist. Das ist so eine ganz lustige Geschichte in der Nähe vom Riesenrad. Ich weiß nicht, ob man das einfach so finden kann. Bin ich doof? Von wo? Ach, da oben. Au! So. Äh, 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 äh. Ich weiß nicht, ob man das finden kann, was ich denke. Aber ich hoffe es. Ist auch nämlich ziemlich lustig. Kann ich euch nämlich zeigen, welches Gehirn gemeint ist, welches immer wieder bewusstlos wird. Dazu müsste ich aber einen Weg auf das Dach finden. Glaube ich. Zumindest soweit ich das verstanden habe. Oder war das nicht auf dem Dach? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob man auf das Dach drauf kommen kann, irgendwie. Ohne Konsolenbefehl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es nicht geht. Hm. Weil wenn man mal guckt, wenn man sich da hinten hinstellt, wird einem ein freundlicher Charakter angezeigt. Und dieser befindet sich dort oben auf dem Dach. Dieser freundliche Charakter hier. Befindet sich hier oben auf dem Dach. Und... Naja, ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Oder ob man da hochkommt. Ob es einen Weg gibt, irgendwie da hochzukommen. Hm. Vielleicht so? Nee. Ah, irgendwie muss es doch einen Weg geben. Es gibt sonst immer einen Weg. Wobei ich echt glaube, dass es dieses Mal echt keinen Weg da hoch gibt. Aber ich weiß, wie ich es euch trotzdem zeigen kann. Ich mache das jetzt einfach mal. Wir cheaten jetzt mal, ja? So ganz klammheimlich. Das ist doch das einzige Mal, dass wir das machen. Okay, man wäre doch nicht auf das Dach gekommen, sondern man muss hier in diese Maschine rein. Hier ist nämlich so eine Pulowski... Irgendwas... Erhaltungsmaschine. Und dort drinnen... Wenn man sie denn öffnen kann... Na, man kann sie durch mal öffnen. Aber hier drinnen befindet sich... ...eine unsichtbare Person. Ja. Und diese Person heißt... ...das Gehirn. Und es ist praktisch eine menschliche Version von unserem guten Doc. ...den wir... ...halt eben... ...ja... ...getötet haben. Das hier ist praktisch die menschliche Version von ihm. Warum er jetzt unsichtbar ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir ihn überhaupt töten können... ...in dieser... ...in diesem... ...Erhaltungsbunker hier... ...drinne. Wir könnten mal versuchen... ...ääh... ...pfff... Wie war nochmal der Konsumbefehl dafür? War das Open? Ne. Ääh... ...pfff... Ach ne, Unlock. Unlock. Ah, und trotzdem kann man es nicht öffnen. Schade. Ach, jetzt kann man ihn aber... ...angreifen, wenn es nicht ist. Das Gehirn-Kopf-Fack-Gruppe. Kriegt der Leben abgezogen? Ach, ich glaube, da oben stand das sogar eben schon, ne? Das Gehirn ist bewusstlos. Naja, jedenfalls ist das hier der Grund, warum da manchmal oben steht, das Gehirn ist bewusstlos. Weil es sein kann, dass andere... ...ja, Feinde sozusagen hier an diese Maschine rankommen und hier halt reinkommen. Und unseren guten Dock, der hier drinnen ist, ne? Das Gehirn eben. Dann töten. Das Gehirn ist bewusstlos. Da oben steht es ja schon wieder. Genau. Und ja, das ist eben das, was passieren kann. Ich frage mich jetzt nur noch, was passiert, wenn man ihn anspricht. Jetzt haben wir halt mal gecheatet, aber ich meine, ich wollte das halt zeigen. Wenn man ihn anspricht, was passiert? Mal gucken. Bäh. Sprechen, das Gehirn. Natürlich kann man ihn nicht ansprechen. Na gut, aber das ist halt eben... Na gut, aber das ist halt eben... Naja, wir werden jetzt mal hier den Spielstand wieder laden. Ja. Und dann werde ich das TCL wieder ausschalten. Damit wir wieder Kollision haben. Und ich werde... ...meinen Controller wieder einstecken. Wenn ich das Kabel hier finde. So. Da haben wir das Kabel. Und... So. So, dann habe ich euch das jetzt auch mal gezeigt. Und dann können wir ja jetzt wieder normal weiterspielen. Ganz normal. So, was wollte ich denn als nächstes überhaupt tun? Ach genau, ich weiß es wieder. Ich wollte... Gutshaus Blackhall. Da wollte ich hin. Geil, dann kommen wir sogar an der Parzelle hier vorbei. Perfekt. Perfekt geplant von mir. Denn in diesem Gutshaus, da gibt es etwas... ...was wunderschönes, spezielles. Eigentlich eine Quest abzuholen. Eine neue. Ich weiß gar nicht, ob es eine Main Quest ist. Oder ob es nur sowas nebenbei irgendwie ist. Aber... Fakt ist... Dort gibt es noch was für uns zu tun. Eigentlich gibt es hier noch... ...bestimmt noch zwei, drei Missionen zu tun für uns. Aber... Ja, alles zu seiner Zeit. ...alles zu seiner Zeit. Was haben wir denn hier? Ein kleiner Friedhof und... ...ein fliegendes Bein von einem Raufbold. Okay. Was ist denn das hier? Satisfree Steak. Das ist die Leiche eines Kindes. Und ein Teddybär. Und ein Teddybär. Das ist zum Glück überhaupt nicht creepy hier. Aber wie dem auch sei, da ist das Gutshaus, zu dem wir hinwollen. Ach ja. Ich dachte gerade, hä, warum läuft der so komisch? Aber ich bin mal wieder gekrochen wie so ein Mongo. Ich sollte mal öfter nachdenken über sowas. Das Gutshaus Blackhall. ... Vielen Dank.